Der Weg zum Strand. 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 Ich merke das ja schon, wie es drin zwiebelt. Du brauchst die gute Bremsen. Ich weiß nicht, ob du hier angekommen bist, dann sind die durch die Haus. Ja, und das war auch unser Lieben mit diesem anderen Hotel, aber da war es noch ein bisschen länger steif. Die hatten den nur gerade erst hier frisch gemacht, als wir erst mal hier waren. Nicht normal, dann kann ich so heißen werden. Das war unser Ausflug. Ah, der Türbel. Denkstrecke. Das ist wie ein Kraft. So, lassen wir uns mal sitzen. Oh, wieder normal laufen. Der bringt dir das Essen. Oh, das ist so schön. Das reicht. Da waren wir damals so am Ausbaum. Okay, das ist ja so schön. Das ist so schön. Da sind wahrscheinlich riesenginglich. Oh, das ist ja dann auch so glücklich. Das ist so schön.